Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Last Man Standing mit dem letzten Mann verbleibend Kona Hallo und Chris Kouke, der reint da drüben schon wieder in der MXZ5. Ich will, ich will, ich will. Ich bin in der Crypt Keeper. Wo sind wir denn hier eigentlich gerade? Ich kenn die Stimme noch gar nicht. Ich gebe jetzt den ganzen Scheiß Kona, du kannst ja nicht damit umgehen. Ja, MXZ5. I need a weapon. Du hast zweifelt. Nein, nein, und Kona sucht wieder. Verzweifelt. Ja, habt ihr irgendwo eine Waffe für mich? Wäre das mal so ein Ding, so eine Option? Ja, irgendwo sicher. Warte, da liegt was, ne, oder? Ne, doch nicht. Wenn ich jetzt sterbe wegen euch, ne? Oh, da liegt eine MS4. Hier bei mir. Du brauchst als Zweitwaffe, Gris. Ja, genau. Seid ihr also zum Meer? Danke, danke, ehrlich. Drüben, hey, Knalle, drüben ist unser Hochhaus. Wo, wo, wo? Im Nordwesten. Nordwesten, Nordwesten, Nordwesten. Norden. Ja. Das holen wir uns, oder? Das gönnen wir uns, ja. Wie sehr am Rand ist das? Oh, ich glaub, wir haben Glück. Oh, ich hab nur mehr einen Scope. Ich hab auch eins, du. Ich hab gar nichts. Nein, ich hab gar keinen Scope, mein ich. Ich bin ja noch einer von der Wöste. Ich bitte, ne? Kona hat einen Scope. Ja, natürlich hat er einen Scope. Der meiste Schütze, Kona. Was, echt? Gib mir eins. Ja, das ist eine. Also, das sind Media Range Scopes. Macht nichts. Ja, gut. MS4. Niemals, Chris. Niemals. Ich will es, ich will es. Ich seh's nicht. Da, da liegt's. So, gut. Ich stürm die Hochhäuser. Boah, die sind ja ewig weit weg. So. Oh, round. Außerdem ist das nur das eine. Das sind nicht die zwei, die wir sonst haben. Ja, das eine, wenn wir spawnen immer, ne? Hm. Das mein ich. Na gut, haben wir alles gelootet. Ich hoffe schon, ich renne einfach. Ja, wie viele Munition habt ihr? 361. Alter, ich bin 64. Kona, gib was ab. Ja, Kona, gib was ab. Was? Wollt ihr mir auch keine Waffe geben? Ich schon. Kona. Kona. Ne, warum ich danke? Bist du gar mit Skin? Nimm sie. Ich krieg nämlich witzigerweise nur Skins für Maschinepistolen. Die guten Waffen brauch ich keine. Ja, geh mit der links. Mhm. Hattig eine, ja gut. Oh, bei mir ruckelt's grad ein bisschen. Ja, hatte ich auch. Jetzt hier links. Ja, passt. Oh, da drin ist noch Loot. Ja, da ist keiner. Ich schaff die Lagerhalle, die neben euch ist. Die Hütte. Die Lagerhalle im... Das ist das Süden, mein ich. Südosten. Achso, 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 achso. Sieht aus, wie er richtig hütengau, die Hedü. Boah, ich bin so ein Junkie bei Pillen hier, ne? Alter, wa? Oh, oh, oh. Ich seh nix. Ihr könnt es ruhig weiter looten. Oh, seine Teamarbeit hier schon wieder, Alter, wa? Unglaublich. Ja, so sollte das Spiel auch gespielt sein, glaub ich. Wat? Kona hier auf dem... Die ist so ein Script. Was denn kannst du, hast du hier? Alter. Ich kann euch nur noch einen Scope anbieten oder ein Accuracy-Magazin, aber das will ich nicht. Nein, das will ich nicht. Das hab ich jetzt liegen lassen, da in der Hütte. Da gibt's auch zwei. Aleandros Tod. Nein, nicht Aleandro! So, geh weiter, ne? Ich glaub, die kommen nicht. Gut. Gut, das ist nur der Spion in der Folge. Gaut. Ich würd sagen, wir überspringen die Stadt und gehen direkt durch die Mitte, oder? Kann man eigentlich machen, ne? Mitte, Mitte, Mitte? Welche Mitte? Zwischen Stadt und diesem einen einzelnen Haus. Obwohl das ein einzelne Haus? Das können wir uns schon holen. Ja, das geht's nicht. Wenn wir in der Stadt jetzt überhaupt keinen Bock, ehrlich gesagt. Ja, die weichen wir aus. Gut, dann gehen wir weiter links. Links von uns ist auch ein Haus. Aufpassen, dass da keiner herkommt. Ja. Glaub ich ihn nicht. Aber töten. Also, geh für fuck. Okay, links wäre aber frei. Wollen wir uns die kleine Siedlung da gönnen? Ja, die, was jetzt geschossen haben, werden wahrscheinlich da jetzt herkommen. Ja, ebenso. Ich würd gleich das nächste nehmen, ne? Da können wir uns auf dem Dach verschanzen. Okay, dann machen wir das. Oh, das ist das. Hm. Das spawnen aber Leute, oder? Normaleise. Ja, das spawnen keiner normal. Das ist zu weit in der Mitte. Weil dieses offensiv über die Straße gelaufen ist ja gar nicht meins. Das heiße ich auch, aber... Zahlschilds, vornehmen. Ich gehe rechts. Also rechts, du, okay, okay, jetzt ja. Noch sehe ich niemanden. Mit unten der Hauptentgang noch reinschauen. Bei mir ist laut, ah, viel laut noch. Ja, ja, ich fass rein. Da sehe ich irgendwas selten, also glaube ich, in der Lule von da aus. Falls es einer ist. Ich dachte, auf diesen Brettern liegt einer. Nein, nein, das ist teuer. Okay, dann ist es weniger wert, als Dreck unter meinen Füßen. Ja. 600 West hätte ich hier. Aha, wie? Der Hauptentgang links beweilen. Okay, da ist der ganze Loot noch da, also ich vermute, dass mein... Ja, ganz laut. Oh, ähm, Kona, komm rauf, die Lotteimus ist hier. Die verpässt der ACX. Ja, oh Gott. Die AK, Alter, ehrlich. Gönn's euch, gönn's euch, gönn's euch, gönn's euch. Jetzt geht dir richtig die Post ab, du zeig dir. Alter. Wie alt ist er? Ich möchte nur noch die Dezimeter, dann wäre ich auch glücklich. Ich geh jetzt auch. Okay. Hier kommt mit. 600 West, der nochmal. Du lachst falsch, Kona. Ich weiß. Wollten wir gucken. Ja, ja. Der hat sich ja verlaufen. Gib's zu. Ist der ein Script auch irgendwer? Hab ich schon, danke. Was ist jetzt besser, der AG oder der normale? Ich weiß noch nie. Ach, das kommt jetzt nach, wo wir herkommen. Hab ihn gesehen. Ah, ich seh die Einschusslöcher. Ganz kurz, wo ist er? Wo ist er? Ich bin's weit weg. Aber wir können jetzt abfangen. Wir könnten. Oha, Jungs, wir springen einfach weiter. Einfach weiterspringen? Okay. Lagerhalle. Oder was ist das? Lagerhalle. Also die würde ich gerade überspringen, aber. Achso, okay, ja. Ja, klar, so schön in der Mitte durch und die werden in die Stadt rennen. Achso, da willst du ihn, okay. Dann aus der Stadt lassen wir sie nicht mehr raus, würde ich sagen. Ja, hoffentlich laufen sie auch raus. Oder sie sich verschanzen. Ja, wenn sie sich verschanzen, warten wir einfach. Gut, die müssen ja weiterlaufen wegen der Bäre, ja. Ja, ja. Ich hoffe, dass sie nicht irgendwie mit demselben Plan hat und dass wir uns jetzt begegnen. Das ist immer gefährlich, da hockt normalerweise fast immer einer drin. Aber gerade gestorben sind das die. Oh, da schießen sie schon. Ja, die sind ganz hinten beim Weißen noch. Ähm, genau, von da aus im Osten. Er ist gerade einer rechts runtergegangen. Ich würde sagen, wir gönnen uns die dann einfach. Hier, oder was habe ich für einen Scope drauf? Ja, okay. Ja, M4 ist. Soll ich einen Stein weiter vorgehen, falls ich zu einem Rot oder alle drei da bleiben? Dann warte ich schon mal in die andere Richtung, Jungs, dass uns da jetzt keiner von ihm wegholt. Mhm. Da unten sehe ich noch einen. Die Lagerhalle ist irgendwie mein Problem. Vor der habe ich irgendwie Angst. Diese Area ist kaputt. Wie? Was sagt eigentlich hier die Karte? Irgendwer, irgendwas? Danke. Nö, ich sehe ihn. Nö, ich sehe niemanden. Oh, wir sind safe. Wir sind safe. Die müssen jetzt kommen. Jetzt müssen sie kommen. Warte, ich sehe einen laufen. Oder laufen sie ja. Der ist jetzt rüber. Wo, wo, wo? Rüber ins rote Haus. Alter, wir wollen noch ein kleines Stückchen. Der ist rote Haus, das ist nicht safe, oder? Nein. Die müssen raus. Die müssen raus, ja. Ja, aber die sind's. Also laufen sie hier vorbei. Ich komme raus, glaube ich. Oh, der läuft gerade außenrum zum gelben Haus. Der kann auch sein. Gelber bin ich im Blick. Er ist nämlich hinter dem Berg angelaufen jetzt. Ich sehe hier nämlich so Keime. Ich verstecke mich in einem Domano-Felsen und schaue weiter in die Stadt, gell? Jep. Das ist jetzt in den Staaten, dieses kleine Dorf darunter. Oder könnte das unser nächstes Ziel sein. Zielort, wollte ich eigentlich sagen. Jetzt müssen wir langsam wiederkommen. Auf der Plage drauf. Jetzt müssen sie kommen. Rechts, oder? Oh nein, da war nur Barriere. Oh, da war ich erschreckt, Alter. Das Gamehouse safe? Nee, gar kein Haus ist safe. Der Start ist hinter der Barriere. Gibt es nicht, die müssen irgendwo rauskommen. Die haben doch gerade erst gelaufen sind. Wo ist der langgelaufen? Sind die vielleicht den Berg runtergelaufen hinter dem Genmaus? Das kann auch... Ja, kommt, er kommt, er kommt. Warte kurz. Er hat mich schon gesehen, er hat mich schon gesehen. Scheiße. War klar, er merkt mich. Da ist schief auch auf der Sonne. Nach rechts gelaufen. Nach rechts gelaufen. Oh fuck, ich bin tot. Wo ist er? Ich weiß nicht, welcher mich umbracht hat. Bleib hier. Ich glaube, auf den, auf den ich geschossen habe. Oh fuck, ich bin so besaugt. Wollen wir weiterlaufen, Chris? Ja, der einen will ich noch übergehauen. Der hat er schon gesehen. Und, der Wexer. Da rechts. Alter, der hat mir wegwacht. Ich verpiss mich jetzt. Das, was die uns gesehen haben, ist grauenhaft. Ja. Ich war da jetzt nicht... Ey, ich lebe doch! Da kann was nicht stimmen jetzt. Das kann etlich stimmen. Ein Plan an und für sich war, glaube ich, nicht so schlecht, aber... Also durchfangen müssen wir noch arbeiten, Jus. Wo muss ich eigentlich hin? Ich bin ja noch. Da muss ich lang. Ich kann außenrum. Ja, Chris und Knolli, tut mir leid für euch. Nein, dann tust du nicht. Aber man kann nicht immer Glück haben, ne? Wisst ihr ja. Ja. So, Kona, wenn du jetzt noch den Sieg holst. Junge. Ja. Ich baue eine Statue für dich. Das habe ich gesehen. Aber nur in Kona. Ja. Eine Kona-Statue. Kona-Excel. Ich habe ein ganz beschissenes Gefühl dabei. Wenn ich einfach frei über das Feld laufe, ja? Du bist doch eigentlich in die Richtung. Die werden wir uns nicht holen. Der Busch wackelt ganz komisch. Guck mal. Hast du noch weit bis zur Grenze? Ja, ich sehe dich schon. Na, du Dut. Na, du schön. Ja, wir wissen, die Landschaft geht in die Sine, ne? Ist ja auch nicht schlecht. Nein! Nein! Auf der anderen Seite drüben sind die Typen, ja? Ah, links von dir, links von dir. Ja, genau. Alter, noch ein Schild aufstellen, noch ein Schild aufstellen. Ich bin ein Kona um 8 jetzt. Ich sage ihnen auch ein Schild aufstellen. Ah! Ah! Ich lebe noch. Hahaha, ich lebe! Oh, muss laufen, scheiße! Überleben die das überhaupt, wenn die dich von der Seite abschießen? Ich weiß das nicht. Ganz sicher habe ich mich nicht dabei. Also, ich bin im Safe, du. Jetzt raufzüge, direkt zu denen hin. Kona macht das schon, der da ist im Geh. Na, ich glaube, da wird es nicht sein. Die werden weiter links von dir sein. Da glaubst du, ja? Ja. Ah, das war das Spiel ja noch, Alter. Ich bin nicht so offen. Ich habe den einen nur noch ein bisschen gehittet, aber mehr war auch nicht drin. So, das ist die Lord Dimes, gell? Er hat mit MS4 geschossen. Ja, Lord Dimes ist anscheinendlich schon ein Sieg drin, sein Kona kommt. Deutschland war auch für nicht. Ach ja, ich habe gerade das Schild auch nur durch Zufall aufgestellt bekommen. Ich wollte eigentlich mich heilen, oder? Ich weiß nicht, wo waren die jetzt? Ah, guck mal, da hinten laufen sie. Berg hoch. Ah ja, genau. Drei Stück. Mach die alle weg, Kona. Jawohl, Kona, bester Mann. Fallen, ja. Einer ist noch, der oben steht am Berg. Oh. Scheiße. Hast du den gehittet, wenigstens? Gehittet, ja. Jetzt weiß er, wo du bist. Ja, lass ihn doch. Ja, warte, lass ihn doch sein. Wir sind die anderen auch gleich da, auf die wir geschossen haben. Danke. Ich glaube mal, direkt in der Zone lang. Das heißt, der muss die Autor irgendwo lang laufen. Der Typ. Richtig. Richtig, richtig. Das ist ein bisschen safe hier hinter. Der Chaos hat mir gerade geschrieben. Nein, scheiße. Ah, Millimeter. Oh nö, Könner. Das macht nix, 13. Was, 13? Nein, nein, es sind 13 Spiele noch übrig. Also meine ich ja, meine ich ja. Von mir aus jetzt hat ich... Siebter. Ja, ich habe letztes Mal. Siebter, ja, ist so gut. Das ist unsere Lieblingszahl anscheinend. Ja, die Glückzahl Nummer 7. Wow, ein Kill, das war's. Ich habe auch nur einen Kill anscheinend, sagt er mir, aber na. 95, den er stellt. Perfekt. Na gut, Leute, das war's mit der Folge. Danke fürs Zusehen. Falls es euch gefallen hat, dann lasst ein paar Likes oder Kommentare da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.